So und Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu der Samstag-Konferenz hier im Fritz-Walter-Stadion. Der 1. FC Kaiserslautern spielt wie in der letzten Saison gegen German Supertex FC am 1. Spieltag. Und genau wie am 1. Spieltag wird dieses Spiel hier auch in der Konferenz vorhanden sein. Ja, die beiden Teams kennen sich zu gut hier, wenn es hier um den 1. Spieltag geht. Der 1. Spieltag im Pokal in der letzten Saison, die 1. Runde. Damals hat der German Supertex FC für sich diese Partie entscheiden können mit einem 1-0. Ne, 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 nicht nur einem 1-0 nach Elfmeterschießen. Dann hat am 1. Spieltag der Liga German Supertex FC mit einem 1-0 gewonnen. Und im Rückspiel hat dann German Supertex FC wieder gewinnen können am 12. Spieltag. Falls ich falsch liege, dann korrigiert mich doch bitte. Nein, wirklich, korrigiert mich dann, wenn ich falsch liege. Am besten auch jetzt. So, das Spiel beginnt. Der 1. FC Kaiserslautern stößt hier an in den roten Trikots von links nach rechts. Die Gäste aus Hamburg spielen in den blauen Trikots von rechts nach links. Ja, German Supertex FC beendete trotz, ja, sagen wir, einer interessanten Saison. Sie war nicht wirklich schlecht, aber sie war auch nicht wirklich so gut. Und die Liga mit auf dem siebten Platz, Lautern auf dem achten. Und dabei war Lautern sogar am letzten Spieltag noch knapp am Absteigen, beziehungsweise auf dem Relegationsplatz. Von daher war das schon ziemlich knapp dort. Selbst German Supertex FC hätte noch in die Relegation kommen können. So, jetzt der Ball hier erstmal auf Halli-Leinlein. Also. Ja, die Chance hier von German Supertex FC hier nochmal mit einem Replay. Ja, ging ein bisschen über den Kasten, aber nicht wirklich eine große Gefahr für Kretschmer. So. Das Ziel der Hausherren ist auf jeden Fall, den europäischen Platz zu erreichen. Ja, mal sehen, ob sie dies hier in dieser Saison erreichen werden. Jetzt Jakob auf den Ball. Byrne auf Lipinski. Branko. Ja, mal sehen, ob sie hier auf jeden Fall einen besseren Start als in der letzten Saison hier hinlegen könnten. Auch wenn sie ja am zweiten Spieltag gegen Dassault mit 2-1 gewonnen haben, lief die Saison nicht wirklich so gut. Aber es war auf jeden Fall besser als die Kritiker gedacht hatten. Jetzt hier erstmal der Eckball, aber keine Gefahr für German Supertex FC. Ja, jetzt könnte es langsam zu einer Gefahr werden, wenn es Lipinski in die Mitte gibt. Der gibt jetzt hier. Und Branko, Zander, jetzt hier wieder Lipinski. Zander, Zander, Zander in die Mitte. War nicht wirklich in die Mitte, aber Einwurf für die Gäste aus Hamburg. Jetzt Byrne am Ball. Byrne hier bitte. Ja, nicht Byrne am Ball, Byrne. Laber ich denn da? Ich halte ihn am Ball. So. Der Ball auf Hagemeister. Der jetzt hier wieder auf Geronimo. Ne. Das gibt jetzt hier erstmal den Abstoß. Jetzt Byrne am Ball. Byrne hier auf Nigel Smith. Nigel Smith jetzt hier wieder. Ja. Lukac. Branko jetzt hier Lipinski. Ja, 20 Minuten gespielt. Es steht immer noch 0 zu 0. Und es ist eine ziemlich ausgeglichene Partie. Also. Da kann auf jeden Fall mehr kommen. 1 zu 0. Für Lautern. Problem. Oh, der war noch nie am Abseits. Oh, das ist... Na. Das würde ich nicht einmal behaupten, dass der im Abseits stand. Ah, vielleicht ist das eine Fehlentscheidung gewesen. Vielleicht ist es eine Fehlentscheidung gewesen. Das wäre bitter hier für Lautern. Und das würde die Aussage des Trainers bestätigen, dass die Schiedsrichter ein bisschen gegen Lautern pfeifen. Gerne gegen Lautern pfeifen. Oh, der da im Abseits stand, das würde ich nicht einmal behaupten. Das... Da bin ich nicht auf der Seite des Schiedsrichters. Das war meiner Meinung nach gleiche Höhe. Auch wenn man nur Jakubovs Bein gesehen hat. Aber ich glaube, dass letztendlich das Bein vom Verteidiger auch auf der gleichen Höhe war. Jetzt hier... Burn, nein, so wird das nichts. So wird das hier nichts. Und jetzt der Ball auf Rasim Halila. Nein, Nigel Smith. Lukac. Nigel Smith auf Rohrbach. Lukac, Rohrbach. Rohrbach. Und ja, Hero Richmond hat einen Grund zu feiern gehabt, weswegen er wahrscheinlich jetzt nicht hier in der Startaufstellung spielt, weil er noch ein bisschen angeschlagen ist. Er hat einen Grund zu feiern gehabt, denn sein Land, beziehungsweise seine Nationalmannschaft, kam in die interkontinentalen Playoffs und wird gegen den, ich glaube, drittplatzierten oder fünfplatzierten. Ich bin mir nicht sicher, der, ich glaube, der drittplatzierte, der Nordamerika-Qualis, in den werden die antreten. Ja, Tahiti kam in die interkontinentalen Playoffs noch vor Neuseeland. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Vielleicht wird er ja hier in dieser Partie mal auflaufen. Wer weiß, wer weiß. Burn auf Lipinski. Jakubov. Lipinski auf Burn. Lipinski, ja, genau in die Mauer gehauen. 1-A, würde ich mal sagen. Jetzt hier der Konterversuch. Halilai. Goldfinger. Ja, Goldfinger jetzt hier auf Halilai. Nee. Ja, Halilai, ich bin mir nicht sicher, ob das hier die Saison für Halilai wird. Er hatte ja einige gute Ansätze, sagen wir es mal so, in der letzten Saison. Aber so wirklich aufblühen konnte er nicht wirklich, wenn man es so nennen möchte. Jakubov, Jakubov, aber Adelstein, das ist kein Problem für ihn. Wie gesagt, also richtig aufblühen konnte Halilai nicht. Aber er konnte auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen. Aber der Junge hat mehr Potenzial. Jetzt Goldfinger am Ball. Held. Konrad Held. Jetzt Goldfinger auf Hagemeister. Hagemeister auf Halilai. Und ja, gibt jetzt hier kein Eckball da. Ja, der Lauternspieler den Ball zum Einwurf geklärt hat. Das ist eine beachtliche Leistung gewesen. Ich dachte, der Ball wäre schon eine Maus. So, Lipinski jetzt hier auf Hain. Ja, Byrne. Und jetzt Federnball. Wer? Ja, Konrad Held auf Geronimo. Und Bittner. Nigel Smith. Ja, und damit endet dieses Spiel hier, bzw. die erste Halbzeit endet hier, nicht das ganze Spiel. Ja, 0 zu 0 hier zur Halbzeitpause für den FC Kaiserslautern. So, und damit beginnt die zweite Hälfte. Ja, mal sehen, wie Jermis Duplex FC jetzt hier aus der Kabine rauskam. Auf jeden Fall deutlich aktiver als in der ersten Hälfte. Gibt jetzt hier einen Abschluss oder einen Eckball? Ich bin mir nicht sicher. Einen Eckball. Da war also der Lauternspieler zuletzt dran. Ja, 43., 43. Minute, äh, 48. Minute, nicht 43. So, jetzt Konrad Held. Und da habe ich ja schon fast meine Flashbacks vom ersten Spieltag aus der letzten Saison gehabt. Nach einer Ecke ging ja Jermis Duplex FC in Führung. Damals hatte Miles getroffen. Hätte ja so weit sein können. Nein, das war nicht wirklich gut, aber trotzdem hat Jermis Duplex FC hier den Ball. Rasim Halilay. Rasim Halilay, der haut mal aus ca. 20 Metern drauf, aber ja, so kannst du keinen Kretschmer aus der Reserve locken. Zander. Zander jetzt am Ball. Branko. Matz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war für Zander, dass er so weit rauskam. Also, zum Glück geht er ja wieder jetzt auf seine Position. Aber jetzt hier Devald. Devald über den rechten Flügel. Der ist hier auf jeden Fall ein gefährlicher rechter Verteidiger. Also, auf ihn sollte man aufpassen. Jetzt Rasim Halilay. Ralf Bittner hat die Kugel. Branko. Ralf Bittner. 56 Minuten gespielt. Er steht immer noch 0 zu 0 hier in der Partie vom 1. FC Kaiserslautern gegen German Suplex FC. Jetzt der Ball auf Geronimo. Goldfinger. Konrad Held. Geronimo, nein. Jakubov. Jakubov auf Christian Byrne. Byrne. Ja, so wird das nichts. Ja, na. Ich glaube, da wollte Jakubov nicht wirklich da zum Ball hingehen. Also, das war jetzt nicht die beste Situation. Jetzt hier Rasim Halilay mit dem Konter. Rasim Halilay hat alle Verteidiger hinter sich. Aber er hat auch Nigel Smith hinter sich. Jetzt hier Geronimo und die Parade von Kretschmer. 64. Rasim Halilay. Und Goldfinger. Und jetzt spielen sie etwas aggressiver als in der ersten Hälfte. Geronimo. Auf Rasim Halilay. Hagemeister. Goldfinger. Hagemeister. Ja, nee. So wird das nichts. Goldfinger. Geronimo. Geronimo. Oh, wieder eine Glanzparade. Und jetzt Ibrahim. Nein. Oh. Das gibt jetzt hier einen Abstoß. Das gibt hier den Abstoß. Und das war eine richtig gute Aktion. Zeigen wir hier nochmal die Wiederholung. Das hätte hier auf jeden Fall das 1-0 sein können. Aber Kretschmer hält hier die Null fest. Schon fast vitariolisch bei Quaro. Jetzt der Ball hier auf Bern. Ja, Lipinski. Na. Geronimo. Ja, jetzt bekommt Geronimo wieder den Ball. Jetzt zieht vielleicht die Gelegenheit für German zum Texas FC. Halilay. Rasim Halilay. 1-0. Rasim Halilay macht den Treffer. 72. Minute. Mit der Nummer 25. Rasim Halilay. Fährt zwar nicht zur WM. Aber dafür macht er hier seinen ersten Saisontreffer hier in dieser Saison. Und das sieht ja mal wieder hier. Den ersten Spieltag ähnlich. Das sieht hier genauso aus wie hier. Am ersten Spieltag der letzten Saison. Lautzahn übernimmt die ganze Zeit das Spiel. Und dann kommt German Suplex FC und macht hier diesen Treffer. Diesmal war es Rasim Halilay. Ja, und da haben die Hamburger viel zu jubeln. Ganz im Gegensatz zu Eintracht-Hariolisch. Die könnten es eher weniger gefallen. Den Rivalen von German Suplex FC. Aber naja. Jetzt muss Lautern auf jeden Fall erstmal was dagegen machen. Rohrbach. Auf Branko. Branko. Er gibt jetzt hier den Eckball hier für den ersten FC Kaiserslautern. Und eine Auswechslung auf der... Ja, Simba kommt hier für Jakubov. Simba. Der Mann ist zwar ziemlich klein, aber auch ziemlich flink. Und ein ziemlich guter Spieler. Das hat er auch gegen die Chinesen im Testspiel am 5.1. bewiesen. Jetzt hier Zander. Das erste Spiel von Simba. Das erste Pflichtspiel von Simba. Der erste Pflichtspieleinsatz. Und es ist nicht unbedingt so gut, ihn mit einem hohen Pass zu bedienen. Aber man kann es ja machen. So, Burn. Christian Burn. Und jetzt hier Zander. Branko. Ja, nee. Burn. Ja, Branko. Zander. In der Mitte, da steht Simba. Aber wie gesagt, der Mann ist halt nicht groß. Und da hat man dann halt einen Fehler, der halt ein Riese ist. 81 Minuten gespielt. Es gibt jetzt hier den Einwurf für die Ausherren. Das ist die Gelegenheit. Ja, jetzt kommt Wilpitz hier für Golfinger. Und sie versuchen natürlich hier jetzt dieses 1-0 über die Zeit zu retten. Sie wissen, der FC Kaiserslautern-Sel wird immer stärker. Und deswegen müssen sie irgendwie dieses Ergebnis über die Zeit retten. Ja, Branko. Auf Zander. Branko wieder. Branko. Auf Lukac. 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 Und das ist das 1-1. Das ist doch nicht dein Ernst. 82. Minute. Der Mann, der so lange unterschätzt wurde. Das kannst du mir noch nicht sagen. Und ja, da grüßt er mal seine Familie. Einfach mal hinwinken. Hallo Mutti, ich hab ein Tor gemacht und so. Meine Güte. Das war mal ne Granate. Du bist Bombe und so. Meine Güte. 1-1 hier. Und das ist der verdiente Treffer hier für die Lautern-Spieler. Für den 1. FC Kaiserslautern. Und meine Güte. Ja, da sah Adelstein nicht wirklich gut aus. Muss man mal so sagen. Wenn schon Rensing nicht mehr bei den Kickers-Stammspielern ist, dann muss man es auch mal bei anderen Torhütern sagen. Das zieht er einfach mal ab. Und ja, Adelstein, da war er noch dran. Aber wie gesagt, es hat nicht gereicht. Und deswegen macht hier Lukac seinen ersten Profitreffer. Gruber kommt jetzt hier für Bern. Und ja. Mal sehen. 1-1. Darauf haben die Lautern-Spieler-Fans hier auf jeden Fall lange gewartet auf diesen Treffer. Und der Treffer, der geht auf jeden Fall verdient an die Hausherren. Aber jetzt müssen sie nicht so wie Wolfsburg hinten mal aufpassen. Und das machen sie nur halb. Deswegen gibt es jetzt hier einen Abstoß, da Geronimo den Ball ins Ausgeköpft hat. Jetzt kommt Sörensen für Hagemeister. Ja, Kretschmer, der kann jetzt den Ball hier erstmal nach vorne dreschen. 85 Minuten gespielt. Er steht hier 1-1. Und wenn man es sich jetzt so anguckt, geht dieses Ergebnis schon in Ordnung. Natürlich hätte Lautern eigentlich einen Führungstreffer jetzt verdient. Jetzt der Ball auf Simba. Uh, da wäre er fast sogar an den Ball gekommen. Ja, das ist halt so, als würde man auf Lionel Messi flanken. Aber naja. Ähm, mit dem Unterschied, dass Messi nicht schwarz ist. Ähm, so, jetzt Gruber am Ball. Feder. Konrad hält. Ja, Bruno Lasa. Ja, 90 Minuten gespielt. Es gibt jetzt nur noch die Nachspielzeit gleich hier auf der Uhr. Mal sehen, wie lange diese sein wird. Zwei Minuten. In zwei Minuten hat hier der 1. FC Kaiserslautern nochmal die Chance, hier dieses Spiel komplett umzudrehen und mich komplett, äh, zu zerstören. So, jetzt Zander. Sie müssen den Ball jetzt hier auf jeden Fall in der Region des 16ers von den Hamburgern halten. Jetzt gibt es hier nochmal den Eckball. Es gibt hier nochmal den Eckball in diesem Spiel. 93 Minuten, eine Minute zwar drüber, aber es gibt hier den Eckball hier für die Hausherren. Und ja, da hätte nicht einmal mehr der Hamburger rangehen müssen. Der Ball wäre auch so im Haus gewesen. Aber, so wird es noch spannend. Lipinski. In der Mitte, da ist so viel Platz. Aber der Ball wurde jetzt hier erstmal nach vorne gedrescht. Und das war's. Ebenfalls endet dieses Spiel, genauso wie am Freitag. Mit 1 zu 1, nur mit dem Unterschied, dass der 1. FC Kaiserslautern 10 Minuten gebraucht hat und nicht 2 Minuten. Aber egal, es war auf jeden Fall eine ansehnliche Fußballpartei. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann um 18.30 Uhr beim Top-Spiel. RB Garnkirchen gegen TSV Eurardorf. Ciao Leute und haut rein.